hey meine lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen video ich hoffe euch geht es gut ich befinde mich hier gerade schon im fitnessstudio diesmal nicht in berlin sondern in köln und ich werde euch heute ja meine drei lieblings vorübungen zeigen es gibt natürlich noch ganz viele andere aber ich zeige euch jetzt meine top 3 vorübungen und das mache ich nicht alleine ich habe heute ein special guest bei mir und zwar die Lisa ja und ich glaube mir keine bessere partnerin heute an meiner seite vorstellen können sie trainiert auch schon wie lange trainierst du schon seit über fünf jahren und schaut gerne mal auf ihrem profil vorbei also da ist man auch eine krasse transformation und ich würde sagen wir drehen gar nicht mehr viel sondern wir fangen direkt mal mit der ersten übung an wir starten mit hip thrust wer mich verfolgt weiß bescheid es ist einfach die beste übung für den pro meiner meinung nach ihr trefft hier wirklich richtig intensiv den pro muskel wichtig ist es aber dass ihr euch wirklich darauf konzentriert also ich mache mal einfach mal eine wiederholung wir haben jetzt auch ganz wenig gewicht drauf einfach nur zu zeigen und zwar geht ihr nach unten und unten spannt ihr wirklich den po an so dass er schon automatisch rückt hier oben schwächt ihr ihn richtig zusammen richtig zusammen pressen und runter hoch genau wichtig ist dass der rücken hier gerade bleibt dass ihr nicht ins hohlkreuz geht und wirklich immer schön im po die spannung halten sehr gut wenn ihr oben seid und sollten eure beine 19 fahrten sein oder ein 19 fahrt dünkel immer schön aufhören wo die kommst du das wirklich das wichtigste wenn ihr das am anfang nicht direkt perfekt spürt dann geht es euch auch wirklich darauf konzentrieren und bitte zeigt dass man das jetzt noch immer besser und besser so wichtig ist dass ihr mit euren schultern ein polster bildet ihr liegt nicht hier hinten mit den schultern hier schön reindrücken nicht krumm werden und dann drückt ihr dann streckt ihr eure hüfte hoch und ich drücke meist sogar leicht aus dem fersen also einfach hoch hier oben schön anspannend muss immer eine spannung im po sein ihr seht auch richtig gut wie sie aus dem fersen drückt also das körpergewicht liegt wirklich auf der ferse wie ihr seht und ich würde sagen wir machen jetzt einfach ein paar durchgänge wir empfehlen immer so 10-12 wiederholungen wir machen mal so 3-4 durchgänge und genau ja das ist super wichtig weil ganz viele mädels lassen den kopf nach hinten hängen und das ist echt so lisa zeigt euch mal wie man hübsch was falsch macht also so sollt ihr es garantiert nicht machen aber ihr seht unten hohe kreuz der kopf ist überstreckt und genau so sollte man es nicht machen großes no go ihr drückt nur aus dem po also ich zeig mal wie es falsch ist kurz so den hier dass ihr dagegen drückt das solltet ihr nicht machen weil dann schummert ihr also nehmt die hände hoch legt sie nur leicht hier ab dann drückt ihr wirklich nur symphol theoretisch kann man sie auch frei hände machen aber es ist einfach sicherer die hände da dran zu lassen genau genau einfach zum ausgleichen damit ihr halt so ganz haut so die nächste übung rumänisches kreuz heben achtet da vor allem darauf dass ihr am anfang die bewegung nicht zu tief macht ihr müsst erstmal ein gefühl für die muskulatur bekommen die übung ist vor allem für den unteren rücken für den ohr und für den bein beuger und ich würde sagen ich fange einfach mal an wir zeigen euch gleich auch nochmal eine variante wie man sie nicht macht also wir machen mal einmal die richtige ausführung einmal die ausführung die jetzt nicht ganz so korrekt ist ihr müsst vor allem auf den rücken achten machen also das hier ist ein ganz großes no go der rücken muss wieder in der neutralen position sein damit es schön gerade sein und fang einfach mal an ich kann ja mal zu meiner beinstellung kommen also viele variieren da auch man kann auch theoretisch sumo kreuzheben machen ich habe jetzt meine beine relativ dicht zusammen meine hände sind neben den beinen also ich habe sie nicht hier sondern ich habe sie hier und ich führe die stange dicht an meinen ober schenkel entlang also macht die stange nicht hier sondern fang wirklich schon hier an und dann passt auf den rücken auf und zack geht's hoch die stange bleibt wirklich dicht an dem bein dann pro nach hinten und dann kommt ihr auch schon wieder hoch der pro bleibt angespannt die ganze zeit und hier auch den hals nicht über strecken das ist auch sehr wichtig also nicht vorne in den spiegel schauen wenn ihr vorne einen spiegel habt nein auf gar keinen fall als anfänger braucht ihr auch gar nicht so tief runter gehen das würde ich eher für fortgeschrittene empfehlen ich würde mehr darauf achten dass der rücken nicht krumm wird weil das ist das allerwichtigste aber pass auf dass du dir nicht weh tust ich würde sagen ich mache es einfach mal ohne stange ja ja ich habe nämlich auch sehr starke rückenprobleme falsch wäre es wenn ihr so anfangt und dann so hochkommt oh aua das tut schon beim rücken weh tut schon beim zugucken weh achten da wirklich drauf ein guter tipp von uns wir sind natürlich ein bisschen länger im gym ich habe persönlich auch einen trainer der mir da wirklich am anfang auch geholfen hat also sucht euch vielleicht jemanden der euch am Anfang ein bisschen bei der übungsausführung hilft damit ihr wirklich keine probleme bekommt und euch verletzt was ich auch sehr empfehlen kann für eine gute ausführung ich spreche aus erfahren filmt euch beim training wirklich dann seht ihr eure fehler also ich filme mich persönlich für meine story weil ich sehr viel einblicke sehr viel im gym filme und dadurch habe ich noch mal sehr sehr viel dazugelernt also ich habe dann auch bei mir obwohl ich schon drei jahre trainiert habe sehr viele kleine fehler gesehen zum beispiel mit dem hals oder so und das genau und wenn man es dann sieht dann macht man es beim nächsten mal meistens automatisch richtig und nehmt euch wirklich dabei und ja achtet da nicht drauf ob euch jetzt andere dabei zugucken wirklich es geht um eure gesundheit es geht um euren booty um eure gesundheit also scheiß drauf so Lisa zeigt euch jetzt auch noch mal wie sie das ganze macht so achtet darauf dass die zehenspitzen so ein bisschen nach außen zeigen vor allem nicht so steht auf keinen fall irgendwie so da sondern immer leicht nach außen die knie zeigen auch nach außen genau das hier darf auf gar keinen fall passieren ich zeige es euch nochmal von vorne das darf auf gar 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 keinen fall passieren auf gar keinen fall also die knie zeigen ja nach außen und wenn ihr die stange nehmt und dann hoch drückt und so von außen und richtig den Po squeezt dann möchte ich optimal leider mal glauben genau ihr seht wie der Po hier angespannt wird sieht zwar nicht so schön aus aber es ist effektiv auch beim absetzen bitte achtet auf euren Rücken wenn ihr die letzte Ausführung macht setzt es nicht einfach so ab weil dann ich kann euch mal eine story erzählen bei meinem ersten Training als ich diese Übung gemacht habe habe ich mir direkt den Nerv eingeklemmt und konnte erst im Monat nichts machen deswegen passt da wirklich auf startet erst mit der Stange damit ihr sicher in der Ausführung seid und dann steigert euch langsam mit dem Gewicht vergleicht euch nicht mit anderen macht euer eigenes Ding also Kreuzheben ist generell nicht für Anfänger ich würde da wirklich langsam anfangen wie sie meinte mit einer Stange also wirklich nur mit der Stange oder vielleicht sogar komplett ohne erstmal dass ihr vor den Spiegel geht und erstmal schaut und unsere Tipps beachten wir haben es am Anfang auch mit Bändern gemacht mit den Boutii Bändern ich habe euch da unten welche auch in der Infobox verlinkt weil viele danach gefragt haben einfach immer um die Knie machen auch zur Erwärmung um den Boutii zu aktivieren die können wir auch nochmal zusammendrehen müsst ihr uns gerne in den Kommentaren wissen ob ihr unsere Vorbereitungen für das Boutii Training mal sehen möchtet da haben wir auch echt gute es hat so gebrannt ja perfekt wir machen auch zwei Schritte wir zeigen euch jetzt zwei Varianten von den Kniebeugen Lisa macht mal die etwas leichtere da habt ihr jetzt nicht so Probleme mit dem Gleichgewicht bei der anderen haben manche jetzt nicht so ein gutes Gefühl für das Gleichgewicht aber genau ihr seht das hier gut von der Seite sie geht mit dem Knie nicht über die Fußspitze das ist eigentlich schon fast ein 90 Grad Winkel und das sieht richtig top aus genau der Rücken ist nicht im Hohlkreuz sehr gut ja so muss das sein genau ich mache die Variante ich stehe erst ich nehme die Stange und dann gehe ich mit dem Bein einzeln nach hinten dann mache ich immer so 8-9 pro Seite mit dem Knie über der der Fußspitze ich komme einfach gerade hoch ich habe fast 90 Grad Winkel und ich bin nicht hier vorne ich bin relativ gerade genau Lisa macht das jetzt nicht mit dem Zurücksetzen von den einzelnen Beinen sie geht nicht wieder hoch sie fängt erst mit der rechten Seite an und dann mit der linken sehr gut ihr seht der Rücken ist gerade sie guckt schön nach vorne und auch schön aus der vorderen Ferse das ist auch noch richtig zu sein das Rücken ist natürlich bei Ausfallstunden wenn der so steht drückt der aus diesem Bein das vorne viele wissen das gar nicht wie weg viele drücken sich mit dem hinteren Bein hoch aber drückt der aus dem vorderen Bein und wieder wie immer aus der Ferse raus also wirklich aus der Ferse also nicht so das wäre nicht so optimal ja sehr gut so das war es jetzt auch schon mit unseren momentan 3 Übungen eigentlich das sind Grundübungen Grundübungen die kannst du immer abwandeln also man kann die Stellung der Beine verändern man kann natürlich das Gewicht ändern aber bei jeder Übung kann man komplett variieren also wichtig ist es nur dass man schon Erfahrung hat also ihr müsst erstmal ich sag mal die klassische Variante drauf haben bevor ihr da irgendwie rumprobiert also macht das erst wenn ihr genug Erfahrung habt und dann könnt ihr das auch wieder machen und die Ausführung ist wirklich das A und O damit ihr eurem Körper halt wirklich nicht schadet also wir können euch nur ins Herz legen filmt euch erstmal selber und holt euch wirklich einen Personal Trainer oder irgendjemanden dazu der wirklich schon Erfahrung hat der weiß wie das aussehen muss bevor ihr da irgendwie 30-40 Kilo raufpackt und euch euren ganzen Rücken irgendwie zerstört ist das wirklich sehr wichtig probiert es erstmal komplett ohne Gewicht vielleicht dann filmt euch dabei und erst wenn ihr euch richtig sicher fühlt fangt langsam mit Gewicht an also wenn ihr nur 2 Kilo pro Seite drauf 2,5 Kilo drauf packt und dann ganz langsam steigern also wir haben auch bei Null angefangen bei ganz Null angefangen ich finde es auch gut wenn man so eine Steigerung immer merkt es ist total langweilig würde man mit 80 Kilo anfangen und dann bei 80 Kilo bleiben also das regt auch nichts wäre mega langweilig ich finde das ist gerade das Schöne am Training dass man sich halt steigert und Ziele vor Augen hat und das macht Spaß also es ist nicht nur um einen schönen Körper zu bekommen das macht auch Spaß wenn man da richtig dabei ist wir können euch nur sagen wenn ihr auch keinen Spaß am Krafttraining habt bewegt euch wenigstens Bewegung ist so viel für den Körper das kann ich immer wieder nur sagen und ja ansonsten wir hoffen euch hat das Video gefallen Lisas Account ist in der Infobox verlinkt und schreibt uns gerne mal in die Kommentare ob ihr weitere Videos in dieser Kombination hier sehen wollt ich muss auch mal wieder ein Video drehen also wenn ihr auf meinem Account vorbeischaut dann sind die Videos ein bisschen älter aber ich bin bald wieder dabei genau das war's auch schon wir wünschen euch einen wunderschönen Tag danke dass ihr zugeschaut habt und ja wir sehen uns beim nächsten Mal tschau wenn es euch gefallen hat blauen hoch genau und abonnieren nicht vergessen und genau genau blauen hoch bye bye